yo freunde und herzlich willkommen zurück aus der sommerpause jetzt geht es wieder los mit den videos auf meinem kanal ja heute gibt es mal wieder ein map update ich hoffe ihr freut euch schon ihr habt es wahrscheinlich schon im partner gesehen aber auf jeden fall ist etwas großes am hafen passiert das werden wir jetzt auch gleich mal hier abchecken halt wir fahren fahren einmal hier lang kann ich auch gleich noch was zeigen so so wir sind jetzt auch schon fast da meine lieben freunde okay und ich danke euch an alle die abonniert haben weil wir haben schon 88 abonnenten auf diesen youtube kanalen geknackt auf jeden fall ein großes dankeschön so jetzt fahren wir hier einmal entlang ihr könnt ihr schon sehen das werden wir jetzt einmal werden wir gleich hier noch mal filmen wenn wir hier raus sind so okay okay so ich habe es geschafft mich hier zu befreien aber ihr könnt schon sehen ja das sieht schon das sieht schon schick aus auf jeden fall sind jetzt hier schon mal felsen da und hier wurde es auch schon hoch gezogen vielleicht bisschen zu hoch werde ich das noch ein bisschen flacher machen so machen wir mal hier rundum leuchten an hier beginnt die baustelle hier rechts schon sehen so jetzt können wir ja auch wieder die rundum leuchten ausmachen so hier geht es dann auch irgendwann weiter aber jetzt erst mal noch nicht sie sind ja auch schon fleißig und zwar halt wir fahren mal mit dem auto zum hafen weil da wurde jetzt hat schon wasser reingelassen also das wasser kommt jetzt auch schon bis zum rand könnt ihr hier sehen das ist auf jeden fall ziemlich hoch aber dafür ist es ja da dran das mit den felsen das wird natürlich noch geändert keine angst und hier ist auch eine schöne steinmauer da hinten beginnt ist der wald weiter gewachsen also das habe ich gebaut ne freunde aber können ja mal vorbeischauen ja hier schöne wasser hier könnt ihr schon sehen hier beginnt der wald und den zaun drumherum das sieht alles perfekt aus so soll es sein ups boah ist wohl was eingezäunt wir kommen hier nicht drüber noch mal probieren hopp ne wir können es aber so machen ne naja ist auf jeden fall ihr seht hier sind auch noch die felsen die gehen hier einmal bis rum der wald und ja das da und das ganze gras ist das wird alles noch entfernt keine angst und ja das war es jetzt hier vom hafen also vom hafen generell hier jetzt fahren wir mal zurück so da leh fahren wir hier einmal zurück so da leh fahren wir einmal weiter geradeaus und dann hier links so da leh fahren wir einmal weiter geradeaus und dann hier links und zack hier ist auf jeden fall noch baustelle was hierhin kommt wird noch nicht verraten aber das werdet ihr dann wahrscheinlich im nächsten map update sehen ich gebe euch schon mal ein hinweis und zwar steht hier so ein häuschen aber mehr gibt es denn hierzu nicht wir können einmal hier kurz hochklettern hier seht ihr hier sind nochmal die felsen ja auf jeden fall sehr schön das geht hier noch ins wasser die felsen also freunde das wird die map wird immer besser zur autobahnmeisterei wird es dann auch wieder was im nächsten teil geben da werden dann ja da wird die treppe fertig gestellt die wir in einem stream gemacht haben vielleicht stürme ich auch mal wieder bei einem map update und ja ihr seht schon hier ist alles perfekt abgesperrt also hier kann nichts passieren wenn doch immer und hier wird natürlich auch selbstverständlich irgendwann werden hier auch die autos fahren aber das wird dann späteren zeiten kommen ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat würde ich mich über eine bewertung freuen und wir haben bald die 100 abonnenten geknackt da gibt es wieder ein 100 abo special also ganz wichtig freunde seid gespannt und ja haut rein ciao 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 ciao